da sind wir wieder hallo ihr durchgelöscht wieder bei sample und es ist 20 vor 7 so bin ich baue sitzt hier noch in meinen arbeitsklammern sozusagen ja gut jogging buchs habe ich schon andere ich muss noch duschen und so kaffee habe ich vor mir so bin ich zu euch ne ich müsste sagen momentan bin ich der beste los so wir machen jetzt die ihr seid ja oben angekommen so wie ich ne und dann machen wir erst mal hier die reihe seht ihr ja die ihr gemacht habt dann machen wir einen weg da kommt ein steinchen hin das heißt hier eine reihe weg stein drumherum machen wir jetzt die spitze dann machen wir natürlich auch den eingang nicht dass irgendjemand sagt da ist kein eingang ich brauche den innenausbau nicht machen das ist wie eine hausaufgabe und man sagt ich habe kein kein füller mehr also wo die hausaufgabe nicht mehr machen so nicht da wird in den ausgebaut schickimicki gemacht da da habt ihr was zu tun so dann machen wir hier einstein und dann jodeln wir noch ein drüber könnte eigentlich komplett auch zu machen ist jacke wie hose so dann machen wir erstmal hier ein zweier damit das mit kriegt und dann natürlich hier ein zack dahin und hier auch ein hin ein freilassen und dann zack dahin und dann habe ich 1 2 3 4 5 und dann habe ich hier eins zwei drei was mache ich denn jetzt hier unten den aber gemacht so dann machen wir 1 2 3 4 5 so 5 jodeln wir erstmal hier hin bis dahin zack und dann passt es natürlich nicht peinlich war so nochmal 1 2 3 4 habe ich genommen so 4 schuldigung das war meinen fehler so 12 34 so jetzt machen wir erstmal überall vier so viele durcheinander kommen und dann immer zwei zack 2 zack zwei zack und passt 22 22 2 2 und dann hier auch zweier 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 und dann auch 5 4 1 2 3 4 das geht auch wieder rucki zucki rufuhr schaffen wir das dann kann ich heute alles hoch nudeln und dann sagt seite zufrieden ich bin zufrieden und dann geht's mit den anderen projekten weiter dass die zu sind und dann dass ich endlich mal auf den nennen kommen dass sie immer nur ein projekt habe dann geht das auch sie sieht ja immer wenn ich an einem projekt klebe nur fixi mixi außer diesen richtig schwierig so wie jetzt kölner dom das ist das muss ich mich jetzt erst mal richtig heran hängen so da haben wir das gemacht und dann habe ich natürlich so dann können wir jetzt hier das heißt hier oben drüber noch ein drauf ziehen bis dahin war ja nicht passt nicht moment was mache ich jetzt so wäre mit vier stück gemacht so jetzt noch mal das würde ich auf die schnelle machen dann wird das wieder nichts so jetzt mal erst mal hier die fenster rein so fenster kommt das ist nämlich die fenster müssen rein und dann ist es ja zu mann meine fressen so die fenster jetzt hier wieder hier schließen zack und zack und dann hier auch kommt so und so so und so jetzt machen wir die spitze zusammen komplett fertig weil das ist ja jetzt nichts weltbewegendes noch so hier eben über die spitze vier steine und dann das ding dahin kommt mehr habe ich doch nicht gehabt so und wenn ihr auch er kommt jetzt versucht immer schnell zu machen dann kommt du kack aber um ne ja ich war doch richtig ich sag mal wie ich besoffen mir oder was so jetzt aber da kommen jetzt hier machen wir mal den und den zack das haben wir gemacht dann sieht das so aus dann zauern drumherum jodeln ihr und dann dort so ist das dann haben wir ja auch hier können der dom einigermaßen fertig so dann haben wir hier da sind ja die balken da machen wir überall noch hin zack 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 und dann einer drüber noch ziehen also hier noch einen dahin zu und dann drüber ziehen dass er so zu ist bleibt dann so ein rechteck ne richtig übrig rechteck so dann haben wir das gemacht und dann nehmen wir wieder zäunchen und das klappen wir hierhin zutag und da auch und hier und dann geht es weiter mit unseren steinchen da müssen wir jetzt wieder ein bodest machen hier stein treppe aber warum warum wieder aber auch schnell und dann kommt da wieder ein zäunchen drauf genau da wo ihr die stufe gemacht habt da kommt der zaun drauf dadurch einen schluck kaffee trinken danke schön so habt ihr das gemacht und dann jodeln wir natürlich wieder unseren stein darauf und dann den stein müssen wir das habe ich noch gar nicht geguckt gucken wir mal zwei rein das müssen wir ein bisschen höher machen wir machen viel viel aber vier rein wenn man die dritte reihe dann wird dann immer kleiner und dann sind wir an der spitze moment wenn ich da hat man ich muss mal gucken nicht dass ich mich vertue doch erst richtig so jetzt haben wir drei reihen gemacht drei ja dann machen wir vierte weil ich ziehe mir jetzt eben ein bisschen getränke rein vierte machen wir jetzt und dann gucke ich mal vierte machen wir noch eine fünfte reihe und das wird jetzt die spitze wird ein bisschen höher fünfte reihe und dann wieder einen dahin ziehen und auch so machen von da aus immer zack und dann wieder eine reihe hoch dann machen wir auch wieder fünf drei jahren war ihre wir machen 4 4 4 lassen wir vier erste 5 2 4 und dann wieder und dann immer so weiter bis wir da oben angekommen sind 3 4 1 2 3 4 jetzt bin ich eigentlich brauche ich das mit euch zusammen weil das ja jetzt peng wenn ich jetzt erst mal wieder sage äh wir sehen uns bei der nächsten folge wenn ich das hier oben selber gebaut habe oder seid ihr jetzt mit dabei dann kann ich auch ein bisschen mit euch quatschen ne das ist echt eine arbeit heute wieder hier aber dann ist der big ben fertig und ich gucke ja bei arbeit ab und zu mal auf mein smartphone ja wenig smartphone ich habe sonst immer so ein baustellen handy gehabt weil die sonst immer so verdreckt sind poker fritzchen freut sich schon findet das gut poker fritzchen ich war schon auf deiner seite poker fritzchen brauchst vieles nach kann das sein finde ich gut das müssen wir mal irgendwie machen dass man euch mal gucken irgendwie weiß nicht ob ich mal eure kanäle vorstelle und so das soll das auch mal machen dann weiß ich dann wenn ihr die erlaubnis dafür erteilt dass ich von euren kanälen vielleicht mal so ein so euer kanal vorstelle und dann so ein kleines video was mich anturnt weil was lustig ist dann auf meinen kanal mit hochlade also mitschnitte von verschiedenen leuten die jetzt auch hier auf youtube let's plays machen und dann so sachen bauen so wenn ich die erlaubnis bekommen mache ich das gerne fünf haben wir gemacht dann haben wir vierer 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 und dann machen wir jetzt einen dreier und dann machen wir jetzt hier und dann machen wir jetzt hier und dann machen wir jetzt hier und dann aber jetzt in drei jahren ein dreier so jetzt noch mal ein dreier ja warte mal wir müssen jetzt gucken wie war jetzt an die spitze kommen so jetzt haben wir die spitze dass wir gucken ob man drei ja noch mal die spitze ist so hoch zack 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 noch ein dreier und dann haben wir drei jahre oder nur von weitem gucken wie es aussieht dreier also wir haben jetzt hier fünfer vierer 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 dreier fünf vier vier drei also einmal fünf dreimal vier und ein dreier ne zwei dreier da ist drei und da ist dreier und dann ziehen wir den aber noch einen hoch und vier hier hin und dann ab dem vierten ziehen wir noch einen dahin so dass ich spitze ja ging das war es so sieht vom weiten aus das ist der kölner dom 8 kölner dom das ist hier ja ist es kommen sache jetzt die band so danach machen wir jetzt auch noch was dahin wir sind noch nicht fertig das heißt hier wieder 1 2 3 4 also immer vom dienst aus der zählt jetzt nicht mit und von dort 1 2 3 4 hier auch 1 2 3 4 ach so kann ja glaube ich glaube direkt das ding ja auch andererseits mache ich später das ist ja nur hier vorne weil ich muss ja auch noch den eingang machen sollte ich wieder ärger und hier oben warte mal hier mal da ist da ist es da ist es da sind die dinger die leuchten da sind die dinger die leuchten und dann da müssten wir auch ein hin machen das heißt hier müssen wir einen stein machen genau ein stein habe ich dann gemacht wo hier ein stein hin was das denn das ist geleckt oder was da muss man stein machen hier unten hin leckt das bei mir was das denn eine verzögerung drin den stein rausschlage wenn ich ihn rein knalle voll verzögerung ist das denn da machen wir 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 mal vorne mache ich das dann kommen wir sehen 1 2 3 4 5 natürlich das ding ja wieder hin die fackelt und hier auch dann können wir von vorne sehen oder das andere muss hier selber bauen mit 1 2 3 4 5 5 und dann pick so jetzt haben wir hier 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 und natürlich hier oben auf der spitze machen wir auch einen hin aber der muss ja nicht so hoch sein da machen wir nur 1 also müssen wir den wieder weg schlagen oder was machen wir so ja genau so dann machen wir jetzt hier 1 2 3 3 reicht oder 2 ich weiß es nicht so ist das spitz 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 so jetzt haben wir den kölner den big ben fertig so sieht er aus ich hoffe er hört euch an ein bisschen besser habe ich auch nicht hingekriegt aber wenn diejenigen die sagen ja das lassen wir durchgehen das ist der kölner big ben so sieht er aus ich hoffe er gefällt euch und gerichten abgang so jetzt kommt noch was dazu bevor wir das hier beenden hier jetzt geht es wieder und ihr seht ja hier ist ja gerade alles schlicht tote hose und ich habe mir gedacht jetzt zeigen wir uns auf der seite moment fällt euch was auf das macht ein bisschen mehr her das macht nur ein bisschen so wo man sagt wer ist was denn gebaut ich habe hier die fenster kommen wir jetzt mal hier hier habe ich ja stufen allerdings gemacht wer ist das dem boden gemacht ein bisschen boden so boden und dann zeige ich euch das auf der seite auf der seite so da ist es ja bei euch auch so dem boden hier habe ich das auch schon dazu gemacht ey meine fresse sonst ist das ding doch hier so so habe ich überall schon gemacht sorry bei euch ist das nämlich habe ich einen drüber gemacht so doch bin ich doof ey jetzt kommen mir jetzt aber wieder für du wies so ich habe erst hier habe ich ja stufe gemacht und dann habe ich noch ein mehr drauf gemacht und dann natürlich überall an allen fenstern natürlich hier so ein drauf gejodelt habe ich glaube auch noch ein zugemacht genau ja so jetzt haben wir es aber so alle fans habe ich so gemacht einen noch da drauf und hier noch ein drauf und dann die treppen andersrum wieder da rein geknallt so jetzt sagen viele warum hast du das nicht vorher gemacht hier vorher auch nicht ich habe es ja selber ausgetüftelt wieder wie es am besten aussieht und wenn ihr wollt dass einer ein flöten geht wenn euer ding sieht also nicht euer ding also das ding was wir jetzt gebaut haben dann sieht es so aus und dann macht das noch ein bisschen mehr her so verschnörkelt darum so mehr komplizierter sieht das aus so sieht das macht es echt mehr her wenn wir auch die fenster so machen so jetzt haben wir das den big band fertig also hier schlicht gerade wenn ihr es wollt wenn wenn ihr sagt nee wir wollen das so okay ist in ordnung ist hier nur jetzt ein anhang ich baue es so dann ist es ein bisschen so dann sieht das noch ein bisschen so perverser aus so wo man sagt da so jetzt machen wir aber noch einen eingang bevor ich ärger kriege weil kein eingang braucht man nicht ausbauen ne das ist die blickste ausrede die ich je gehört habe wieder so dann sucht euch eine seite aus dann nudeln wir einen hier weg so warte mal pack so jetzt habe ich den eingang so ne damit jemand nicht sagt ich habe keinen eingang also wo ich ihn drin nicht ausbauen das gibt es nicht so wo ist denn die treppe jetzt hier als treppe seit schon die tür wirst du da ist tür tür bisher das tür so die haben wir fertig und dann damit das nicht aussieht wie gewollt und nicht gekonnt machen wir noch tschack nähter zaun und dann gucke ich mal eins gucken wir hier erstmal irgendwie so um wenn ich das denn das ding da hin baue passt dann nähter zaun da drauf ne also muss ich da einen stein rein knallen zack hier das linie ist die linie da ist die linie kann ja ein bisschen weiter weg machen kommen ich muss ich kann jetzt nicht ich sage ich denke ich bin banal in jene so jetzt aber kommen was denn hier so aber ich gleich die stufe hin nur ein dahin so gleich die stufe kommen eben schnell zack 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 so jetzt aber pack 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 so und jetzt nähter zaun so kommen wir jetzt ey ich wollte jetzt nur jetzt eben nur was noch was zeigen eingang so zwei stück habe ich jetzt gemacht das ist peng und da machen wir irgendwas schönes dahin das ist auch egal also sie beschissen aus warte mal das ist jetzt eine kreation könnte bauen wir wollt man kleines überdacht dahin so oder so rum das sieht denn am besten aus so dann können die dinger noch da vorne naja dann ist einfach nur so sie so als als dach gedacht könnt ihr machen wir wollt bevor ich jetzt euch hier jetzt ein zusammen wurschtel und dann bauen wir das hier wir wissen überdacht gemacht wie ihr wollt wenn das bauen dann mache ich die dinger jetzt hierhin gleich das ist jetzt peng aber bevor ich euch jetzt hier mit irgendwelchen sachen zu jodeln und interessant sind für euch also ihr könnt ne also eingang könnte bauen wir wollten ne bevor ich eher kriege hier so also ausrede ich kann das nicht ausbauen das geht nicht so jetzt kannst du ausbauen jetzt können wir da drin ne also eingang könnte machen wir wollten das euch überlassen da könnt ihr auch eine säule hin machen oder was weiß ich was ist peng ist das eigentlich weil ich habe den eingang noch nicht gesehen von big band ist glaube ich verbunden mit diesem mit diesem schloss da schloss gibt es aber nicht mehr gibt es nicht big band mehr nicht also eingang könnt ihr bauen wie ihr wollt ihr könnt da was weiß ich was hier machen wir sollen hin machen was weiß ich was ich bau noch irgendwas schönes hin das zeige ich dann vielleicht zum schluss aber ich könnte hier so ein ding rausnehmen und dann könnt ihr da wie ihr wollt eine tür rein machen und dann den eingang ist euer ding das war jetzt eigentlich eine scheiße was ich jetzt hier gemacht habe weil ich das jetzt ohne sinn und verstand gebaut habe aber so der eingang ist hier ne also derjenige weiß noch ein black flitz oder black black war das oder so ich weiß es nicht mehr du hast jetzt die möglichkeit rein zu kommen und kannst ausbauen ich wünsche euch viel spaß mit dem big band er ist fertig und ausbauen ist einfach nur etagen und treppen und das war's so ist unser big band fertig oh es leuchtet ein bisschen ich habe ja kein licht an der dunkelheit muss ich ausmachen so das ist der big band ding 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 und das war's und ich wünsche euch viel spaß beim bauen und ja dann sehen wir uns wieder bei der nächsten folge bei play sample und dann gucken wir mal was wir so basteln aber erstmal kommen noch die anderen projekte wieder und dann gucken vielleicht kommt noch was zwischendurch ne also viel spaß bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal